Aufgepasst, Leute! Oh, Hallöchen! Hier gibt's noch mehr Big-City-Greens-Regeln für die große Stadt. Regel Nummer eins. Hat Cricket Green eine Idee? Oh je. Da oben herrscht der reinste Affenzirkus. Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Die menschliche Abrissmärme! Zwinker! Ich bin unterstörbar! Überlass das Cricket. Kommt und besucht Crickets wundervollen Wunschbrunnen! Regel Nummer zwei. Ist Grammar heute nicht gut drauf? Lauf! Gespräch da! Das Bild ist kaputt, Tilly. Das ist ein Puzzle-Grammar. Seht mal, was ich gefunden hab! Ah, jetzt reicht's! Ich hab meinen Stock, meine Handtasche und niemand wird mich davon abhalten zu gehen. Krassenhaft! Das ist kein Wort, Ma. Beweis es! Bring das in Ordnung, sonst pelle ich dich wie eine Kartoffel! Und jetzt? Regel Nummer drei. Willst du Chaos, hole dir ein Tier! Was du da sagst, der gibt irgendwie Sinn! Unser Rasenmäher ist eine Ziege! Ich glaube, sie ist voll! Da! Limbao, Limbao, Limbao! Limbao, Limbao, Limbao! Oh, schau! Sie waren großartig! Hier für ihre Bemühungen! Nein! Noch mehr lustiges Chaos gibt's beim Big-City-Greens-Tag am 11. Dezember im Disney Channel. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!